Peter Altmaier hat die Energiewende-Politik in Deutschland insbesondere im vergangenen Jahrzehnt geprägt. Altmaier freut sich. Einbruch bei der Photovoltaik. Oder? Die Altmaier-Delle wirkt nach. Oder? Wirtschaftsminister ohne Plan. Wie schlecht war Altmaier wirklich? Eine Abrechnung. Sind nur einige Schlagzeilen dieser Zeit. Der Fokus schreibt sogar, Der mangelhafte Ausbau von Wind, Solar und Biogas wird als Altmaier-Delle in die Geschichtsbücher einen Platz finden. In diesem Video geht es um die selbsternannte Klimaschutzpartei und ihren Problembär im Kabinett, wie der Fokus schreibt. Wir schauen uns einige Beschlüsse und Gesetze an, die unter seiner Federführung entstanden sind und ihre Auswirkungen auf den Ausbau der erneuerbaren Erzeugung und damit auf die Energiewende in Deutschland. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Die Schlagzeilen zeigen schon, dass Altmaier insgesamt wohl keine besonders energiewendefreundliche Politik gemacht hat. Im Folgenden wollen wir uns speziell zwei Kapitel der Geschichte genauer ansehen. Das erste Kapitel beginnt mit der Ernennung von Peter Altmaier von der CDU zum Bundesumweltminister im Mai 2012. Betrachten wir den Zubau von Photovoltaik in Deutschland der vergangenen Jahre, erkennt man recht deutlich, wo der Begriff Altmaier-Delle herkommt. Von 2012 bis 2014 ist der Zubau um fast 90% eingebrochen. Laut einer Pressemitteilung des Bundesumweltministeriums vom Juli 2013 ist die Reform, die zu diesem Rückgang geführt hat, ein großer Erfolg und übertrifft die seinerzeit geäußerten Erwartungen bei Weitem. Doch was hat zu diesem Rückgang geführt? Zunächst tritt schon zum 1. Januar 2012 noch vor Altmaier ein neues Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, in Kraft, in dem die Vergütungen für PV-Einspeisung deutlich reduziert wurden. Hier spielt auch der damalige Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler der FDP, Philipp Rösler, eine bedeutende Rolle, einigen vielleicht noch besser bekannt unter dem Namen, wie wir ihn nennen, Fipsi-Rösler, kennen Sie, oder hier? Der Zubau war dadurch 2012 etwa konstant im Vergleich zu 2011. Doch das war nicht genug. Mit der Photovoltaik-Novelle wurde Ende Juni 2012 die Vergütung für Photovoltaik-Strom noch einmal gesenkt. Dieses Mal sogar rückwirkend zum 1. April 2012. Zusammen mit der vorangegangenen öffentlichen Diskussion zwischen Altmaier und Rösler, die Förderung auch für Bestandsanlagen zu reduzieren, erschütterte das Vertrauen von Investoren nachhaltig. Jegliche Investitionssicherheit war für private und institutionelle Investoren damit dahin. Neben dem Ausbremsen der Energiewende waren auch die Folgen für die Wirtschaft verheerend. Es folgte ein beispielloser Untergang einer ganzen Branche. Nicht nur zahlreiche große deutsche Produzenten von PV-Anlagen, sondern auch zahllose mittelständische Unternehmen und Kleinbetriebe, die PV-Anlagen installiert haben und dafür in Kräne und anderes Equipment investiert haben, ging in kürzester Zeit pleite, da der PV-Markt in Deutschland um fast 90% eingebrochen ist. Von über 156.000 Fachkräften verloren innerhalb weniger Jahre über 110.000 ihren Job. Stand 2021 sind es immer noch fast 100.000 weniger als Ende 2011. Heute haben wir eine Diskussion über fehlende Fachkräfte, die wir 2012 bereits hatten. Da wundert es nicht, dass auch 2022 die Zubauzahlen von 2012 noch nicht wieder erreicht sind. Es lief sicher nicht alles richtig in der PV-Branche und man kann auch über die Förderung an mancher Stelle diskutieren. Eine Reduktion der Zunahme der Ausbaugeschwindigkeit wie von 2010 bis 2012 war auch aus Sicht des Netzes wohl notwendig. Aber der beinahe Stopp des Ausbaus und das Zerstören einer ganzen Branche, die wir bis dahin auch über Subventionen aufgebaut haben, war auch aus wirtschaftlicher Sicht mit Sicherheit ein Fehler, den wir auch heute noch, beispielsweise durch die Abhängigkeit von Russland und China zu spüren bekommen. Im zweiten Kapitel geht es um die Windkraft, insbesondere in den Jahren 2016 bis 2019. Auch hier ist die Altmaierdelle schön zu erkennen. Ganz so einfach auf ein Gesetz allein, nach dessen Inkrafttreten diese Delle auftrat, lässt sich das hier nicht reduzieren. Dennoch ist Altmaier in der gesamten Zeit in verantwortlichen Ministerrollen. In diesem Zeitraum tritt er 2018 einen neuen Posten als Bundesminister für Wirtschaft und Energie an. Neben der Reduktion der Förderung geht es beim Windkraftausbau auch um zunehmende Regularien wie Abstandsregeln und um komplizierte Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren. Diese führen dazu, dass es von der Planung bis zur Fertigstellung einer Windkraftanlage aktuell etwa sieben Jahre geht, wodurch eine neue Regel nicht direkt in den Zubauzahlen des Folgejahres zu erkennen ist. Es geht um extrem viel Papierkram bei der Beantragung einer Windkraftanlage. So sieht man hier beispielsweise die Unterlagen für die Beantragung eines Windparks im Rems-Moor-Kreis in Baden-Württemberg. Für drei Windkraftanlagen waren das hier 60 Aktenordner, 36.000 Blatt Papier, 15 Umzugskartons. Zur Wahrheit gehört hier auch, dass im Süden der Windkraftausbau noch nie richtig Fahrt aufgenommen hat. In Bayern unter Söder durch 10H, aber auch unter einer grün geführten Landesregierung in Baden-Württemberg sieht es nicht viel besser aus. Doch auch in der Windkraftbranche verloren zwischen 2016 und 2018 fast 40.000 Beschäftigte ihren Job. Es wandern immer mehr Firmen ab, da der Markt hier in Europa in den letzten Jahren eher schrumpft als zu wachsen. Bei der Fertigung von Rotorblättern hat 2022 auch die letzte deutsche Fabrik geschlossen und ist nach Indien abgewandert. Wenn Jens Spahn bei Lanz behauptet, Wir sind schon immer und auch in Zukunft die wahre Klimaschutzpartei. Muss man sich also nicht wundern, warum die restlichen Gäste nicht richtig glauben können, was sie da hören. Leider geht es gefühlt in Medien und Politik immer weniger um Fakten und es wird zwischen Meinung, wissenschaftlichem Konsens, Fakten und physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr unterschieden. Schaut euch jetzt die Geschichten der deutschen PV- und Windkraftindustrie hier noch einmal genauer an und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat.